Ich hab dich ganz vorgehalten. Achso, aber Ding wär... Juna 3-2! Sie können wieder beitreten, Mrs. Juna. Ja, ich brauch den Code! Ähm, warte, warte, warte. Kann ich was Schwarz freimachen, Limbo? Bitte, was? Ich hab den geschickt. Nee, ich will auch noch mal schicken, so. Nee, ich hab zuerst gemacht. Ist mir schein egal, ich will auch schicken, hab ich gesagt. Dann schicke ich auch. Ist mir egal, ob du schon hast oder nicht. Ich auch schicke. Wenn ich sage, ich schicke, dann schicke ich. Oh, Racer als Polizist. Racer, hast du Handschellen dabei? Ja oder nein? Ja, natürlich. Okay, ich fahr los. Wo muss ich hin? Ja! Ich bin gleich unterwegs. Also, es wird bei mir. Fällt dir wieder alles runter? Okay. Ich enthalte mich bei dieser Konversation. Wir warten einfach. Das ist wieder Spaß, ja. Oh, es geht schon los. Und ich hab mich schon wieder gebutet, ey. AHHHHH! Jaja, ist schon in Ordnung. Limbo, du bist ein Limbo. Hallo Crazy. Ja, danke. Sehr nett von dir. Ich hab Angst. Ja. Ich auch. Ich hab Juna gekillt. Überwieder gerne. Ja, Juna ist tot. Hab ich gesehen. Stimmt. Warum sagt jeder was? Warum sagt jeder Atme, ey? Was ist das? Hä, aber wäre Juna tot, dann hättest du doch... Juna... Juna... Ne, Juna ist tot. Du hast ja nicht gehört, was zugehört. Die kommt diesmal nicht dazu. Juna... Ich bin nicht tot! Nee, wegreißen. Ich hab mich vorbeigereint. Ich versteh das nicht. Alco ist ein brauner Kakaofen. Kakaofen-Tarn. Warte, was bist du für ein Pokémon? Hallo Racer! Nee, hättest du nicht so... Hättest du nicht so Ohren auf, dann wärst du dick da, aber... Nein... Jetzt bist du eher so ein Radfratz oder so. Du bist aber schon mal nie noch weg bist, ja. So ein Bärchen. Merkmier. Och man... Ich bin fertig! Gebt mir bitte Rückendeckung, ich beeil mich. Alter, ich muss noch voll scheiße machen hier. Ich muss voll scheiße machen. Ich bin auch fertig. Ich bin schon fertig. Ich mach mich klar. Ich muss rennen. Ich beeile mich, meine Freunde. So, noch eins. Jawohl, mach, mach. Du bist so zerking. Was seid ihr denn alle? Ich krieg niemanden getötet. Du kannst gerne zum Laboratory kommen. Verschreckt euch! Ich mach jetzt den Scan, aber da darfst mich ja eh nicht töten. Das ist die letzte Tat, also. Tschüssi. Das ist gemein. Tracer, kommst du doch wenigstens einmal kuscheln zum Schluss. Okay.